Witten erwarten Gucken was passiert An der Nio von der anderen Seite reinkommt Also hier oben hab ich noch nicht gesehen, da muss ich mich unten irgendwo erschossen haben Und so wie ich lieg Nämlich mal an, das ist... Ne, wenn du jetzt aufgehst, dann schießt du dich Ja, nicht so Ich weiß nicht, ob er dich sieht Langsam Also ich nehm mal an, dass er dort... Ich nehm's mal stark an, dass er dort unten irgendwo stand War das ein Spieler oder was? Spieler Ja, du musst richtig laufen Ich will hier raus Oh Gott, wie komm ich denn jetzt hier wieder weg? Irgendwo einfach Dort finster Wo es bohnst denn du? Na, bei Bülow Ich bin so leicht angespannt Ja, kann ich mich irgendwo... Ja, kann ich mich irgendwo... ... ausstecken Und auf die Schmerzen Ja, das dauert aber bitte nicht, wie du dort bist Und sparen zu Bülow Wir sind doch in Sabina Ja, man kann aber Sabina nicht sparen Bülow ist das nächste, was es gibt Ich hab hier irgendwie raus Ich hab hier einen Hübschrauber Ich hab hier einen Hübschrauber Und komm mich hier irgendwo raus Ich verschiene ein Hübschrauber bei Ich hab hier hinten drin auslocken Auslocken? Ja, voll und schirm ich hier rum Hä? Aber jetzt... Wo hab ich jetzt halt... Wo hab ich jetzt halt... Wo hab ich jetzt halt immer bandit? Also, ne... Das hab ich jetzt von Commission Heroes gehen Von der Flickten Hübschrauber bis langsam Wenn irgendjemand schießt hier. Es sind Zweihubschrauber. Das ist nicht auslocken. Mach wie du es willst. Toll. Ich habe keine Orientierung. Wenn er mich jetzt rauskommt und mich kilt, habe ich den Bock drauf. Kann ich hier drinnen bleiben mit dem Ding? Ja, aber nicht zu lange. Da wird es da rausgeschmissen. Bin ich da jetzt hier weg? Bei mir ballert hier jemand rum. Hä? Man sind hier drinnen. Hier ballert jemand ganz nach näher rum. Unter meine Zähne. Hallo, könnt ihr mich hören? Wenn ihr mich gleich seht, bitte erschießt mich nicht gleich. Ich habe überhaupt nichts. Die sind da drüben noch vorher, aber ich habe sie schon gesehen. Es geht nicht nur mit den auch Leuten bei mir. Die befeuern sich. Hier liegen Handgranaten rum. Oh Gott. Mach mal was mit, macht er die Türen erst mal zu. Warum nimmst du nicht mit? Boah. Hm. Geht dir jetzt Angst? Hm. Ich habe Angst vor dir. Ja, nicht gleich. Jetzt hier oben der AK-47. Schade. Ich glaube... Das war kein Knife. Das war ein Magaziner. Wenn der ballert immer noch umher. Ich brauche ein Baummagaziner. Ah, kommt. Er kommt. Hä? Jetzt kann ich... Klasse. Stell hoch. Ich habe bloß noch eine Kugel. Ich habe nur eine Kugel. Ich habe nur eine Kugel. Der hier unten looted. Ich habe nur eine Kugel. Ich weiß, irgendwer draußen oder schießt er auf mich. Ich habe nur eine Kugel. Ich habe nur eine Kugel. Da oben ist der Hubschrauber. Pass auf, stehen hier am Fenster auf. Ich brauche noch ein Magazin. Ich werfe dir jetzt ein Geschenk runter. Ich habe nur eine Kugel. Ich habe mich hier oben mit erwischt, ja. Von denen hat es mir das geschehen. Wer nur noch unten war. Ich kann mich noch... Wenn ich jetzt gleich wieder aufstehe, kann ich mich noch bandagieren. Ich hätte einfach noch neu freinen müssen. Okay. Nee, du musst erst mal die Sequenz abwarten, dass es hier, da und die Waffe zieht. Ja, ich bin ja halt gleich im Krankenhaus. Ich brauche hier noch Magazine. Ja, Löser, schieß mich, du hast nichts davon. Hätt ich getroffen? Ja. Du blödst doch, Conny. Danke. Hast du aber keine Munition mehr? Hat aber vier ausgehalten. Hast du dich ausgelockt? Nee. NS-Pack looted den doch mal. Hat zwei Revolver mit. Zack. Der liegt flach. Ich glaube, die TT-Magazine, die hier liegen, die kann man, glaube ich, ah. Nein, das Flöchen. Für Makarov. Nee, geht aber nicht. Steht da aber Makarov. Das geht aber nicht. Da könntest du hier noch leuten. Ist der noch da? Er hat keine Muni dafür. Er hat auch keine Muni mehr gehabt. App. Oh, M1911. Tja. Die N-Field hat der Magazin. Ja. Die N-Field verschießt aber keine N-Field-Magazine. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Nee. Mein Sound ist immer noch geschädigt von... Ach, ne Headshot. Das ist das Krankenhaus. Ich gehe erst mal in die Kirche oder so und guck mal, ob ich da Makarov-Magazine finde. Hat es mir für mich gezählt? Nee, da ist tot geblutet. Aber ich habe auf jeden Fall Humanity dazu gekriegt. Ich möchte mal wissen, warum. Ich habe 500... Weil es Bandit war. Nee, es ist aber kein Mörder. Doch, Bandits killed eins. Gut, ich habe da auch schossen. Ja. Da wird bestimmt gleich hier Spawn wieder. Und das... Ich muss das Hilf, dass du jemanden umgebracht hast. Ja, ich weiß. Ja, es gehen Magazine mehr. Ja, ich freue mich schon wieder drauf. Auf jeden Fall gutes Lutsche wieder. Was ist denn ein Morsin? Wie kann man nur ein Morsin nehmen? Ja, schlag mich. Du Affen Kopf. Und? Da bin ich umgefallen. Ich habe mich einmal geschlagen, anscheinend bin ich bewusstlos, ey. Ja, schrei rum. Ja, komm, schrei rum. Ja, los, steig wieder auf. Es fehlt jetzt bloß noch aufstehen und den Beinen brechen. Ja, runtergefallen, schie. Na, komm. Fantasieren? Ja, ich muss erst mal hier hinein. Oh, schöner Rucksack. Das ist gerade ein bisschen crazy hier. Versteht man gar nicht, was hier so abgeht. Ich habe ein Alice Pack. Was ist das hier? Das ist bloß auch noch mal der Chesh. Steht da immer noch unter der Treppe? Ne. Das ist leider meine geliebte Zelt. Es schießt schon wieder. Ich höre es bis ganz schwach. Noch eine Uhr. Komm. Komm. Ich brauche entweder eine Lee Anfield. Entweder eine Lee Anfield. Kompass. Habe ich. Und trinken hast du auch genug? Lee Anfield oder 45 ACP im Uni. Ach doch, zum Glück. 45 ACP im Uni. Kannst du auch umwandeln? Komm rein. Siehst du, ich mache es auch noch rum. Ja, das geht. Gucken wir mal, wo der Idiot ist. Meine Sons sind leider ein bisschen leise, weil vor uns die Granada noch neben mir explodiert ist. Das ist ein wenig schlecht. Aufpassen, da hat er noch. Da müssen wir ein bisschen was essen. Alles mit ihm. Damit ich ein bisschen Blut dazu kriege. Ich bin vorbei. Nein, geht nicht. Und Beine gebrochen. Morphin hast du ja nicht, ne? Doch. Ja, das ist wieder scheiße, weil das scheiß Zelt so die Ecke dort versperrt, dass man nichts machen kann. Na. Ich weiß bloß noch, dass ich wieder ohnmächtig wäre. Dann machen wir gleich alle. Außer noch ein Painkiller. Jetzt brauche ich ein Bloodbag. Ja. Die Hubschrauber sind immer noch draußen. Die Hubschrauber. Hm. Hat sich bloß wieder ist. Der ist bestimmt wieder in der Feuerwehr. Ja, komm, ihr scheiß Wichs. Zambys. Ja, was soll ich denn? Ich kann nichts machen. Ich kann mir nicht selber Bloodbag. Ja, du bist aber noch übelst weit entfernt. Ja, ich weiß, ich weiß ja nicht. Ja. Ja. es auf jeden Fall schießt ja noch irgendwas in Kilos noch mal Mutti jemand schießt auf mich und meine Munition ist an nehmt Lee Enfield ne ich hab keine Lee Enfield was ist denn das da? die Nursin und ich hab keine Munition dafür war das ein Bandit oder war das ein hier wo? Bandit das war da hat mich mit dem Schuss hätte er mich niedergekriegt naja Harvest Wood da schießt er auf mich er kommt schon und das war massade Bis zum nächsten Mal.